Mais hat Freunde und Willkommen bei MaxBeatsShop. Heute ist wieder hier, wie soll ich sagen, willkommen in meinen gurkigen Alltag. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir müssen heute was reißen. Es ist sogar relativ wichtig, dass wir es reißen. Heute ist wieder Gurkenautohandel angesagt, aber wir brauchen neue Autos. Ich habe vorhin noch ein bisschen was stehen, aber ihr wisst ja wie das ist. Das ist schnell weg und aktuell habe ich einen ganz guten Mann auf kleinen Autos. Also man kennt ihn. Das heißt wir brauchen einen kleinen Wagen. Oder ich habe sogar einen Caddy in der Pipeline drin. Mal schauen. Und ich nehme heute mit. Heute ist unser, wir holen zwei Autos ab und hoffen die sind nicht scheiße Tag. Jetzt fangen wir mal auf eine Besichtigung. Ich bin jetzt gerade in meinen Gurkenpolice, in meinen Caprice. Ihr kennt ihn aus verschiedenen Gurkenvideos. Das ist übrigens mein Radio hier. Aktuell, weil ich das nicht voneinander habe und das wieder funktioniert. Kann man mit dem Kassettenadapter und so. Bis dahin habe ich auch jetzt Blutlos. Weißt du hier so, ne? Weißt du, macht schon seinen Job. Auf jeden Fall, was soll ich erzählen? Wir sind jetzt gerade an der Baustelle nach Wiesmoor. In Wiesmoor steht bei Eike, einem Kollegen von mir, ein Renault Twingo für überschaubares Geld. 2002er Baujahr. Wir müssen mal kurz gucken, wie das Ding so ist. Das ist der Sinn daran. Weil das Teil so, ich suche halt kleine Autos für wenig Geld. Die wir halt spritgünstig auf den Markt schmeißen können. Und auch für mich preisgünstig auf den Markt schmeißen können. Ich muss es mir auch leisten können. Und ja, das ist das Ding. Wir haben heute zwei Touren vor uns. Einmal müssen wir nach Werdum. Das ist hinten bei Aurich. Da können wir nicht mal eben so vorher hindudeln. Das ist hier, da steht ein VW Caddy. Den ich früher mal gehabt habe. So einen ähnlichen auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, wie der mit Rost ist. Super Motor. Aber auch relativ günstig. Und wir haben tatsächlich, wie gesagt, diesen Twingo da stehen. Das heißt, ich nehme euch jetzt mit in meiner wunderbare Welt des Autohandels. Und wir gucken mal, was für Gurken man für wenig Geld kaufen kann. Währenddessen ist Gordon gerade in der Halle am Schrauben. Es ist ja selber gehabt wie gestern im Video, wo ich das Wheeltop Ding gemacht habe. Aber es ist halt so. Komm, auf geht's. Was wir noch sollten, ist tanken. Weil spritmäßig sind wir eigentlich voll am Ende. Da haben wir viel drauf. Und dann habe ich auch nicht viel Geld mit. Ich glaube, irgendwie jetzt ein Honey in der Tasche oder sowas. Das reicht nicht für den Twingo. Das wäre schon mal sehr, sehr scheiße. Aber nachher kommt eine Kundin, die will eventuell den Mariva kaufen. Wenn ich Glück habe, habe ich da ein bisschen Geld in der Tasche, um dann später den anderen Box zu kaufen. Mal gucken. Wenn nicht, muss ich noch zur Bank fahren. Dann habe ich nicht so mega Bock drauf. Auf geht's. Was? Achso, das ist lustige Quitschen, was ihr hört. Das ist die Tachowelle. Fragt mich nicht. Das ist der dritte Ami, wo die Tachowelle quietscht. Niedlich. Aber der Wagen fährt sehr, sehr gut. Das Projekt ist bisher sehr, sehr gut gelaufen. Wir müssen nur noch mal gucken. Das war in der Probefahrt. Obwohl, ich habe einen Zweck gefunden für die Probe. Läuft eigentlich. Aber Fakt ist auf jeden Fall. Wir wollen jetzt, ja, ich will die Leitbar drauf haben. Oder eine Leitbar auf diesem Auto drauf haben. Er soll halt ein Blaulicht oben drauf haben. Er soll ein echtes Policecar werden. Weil das so leuchten kann und so einen Scheiß. Weißt du? Nur das ist nicht ganz so einfach. Weil meine ist halt kaputt, meine Leitbar. Und ich weiß nicht, ob ich einen Deckel dafür kriegen kann. Das habe ich jetzt im Video schon erklärt. Deswegen fahre ich erst mal so durch die Gegend damit. Geht auch. Aber ist halt ein bisschen schade. Ja, ich probiere jetzt meinen Content ein bisschen interaktiver für euch zu machen. Das heißt, ich gucke mal, ob ich meine Autoposition auch filmen darf für euch. Weil Eiche kenne ich eigentlich ganz gut. Ich denke mal, dass es klappt. Ich glaube, nachher, wenn ich diesen anderen da abhole, den anderen Bock da, den hier, den, 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 den hier, den Caddy oder was das ist, dass ich den gründlich kaufen sollte, gehe ich von aus, dass ich es auch filmen kann. Die beiden Jungs, die kenne ich. Weil in der Weile bin ich der Meinung, ich habe beim Fernsehen ein bisschen was gelernt, was bei mir war. Dass die halt so ein bisschen, ich finde auch, dass so ein bisschen Gurken-Action muss ja auch sein. Ich nehme euch so immer in meinen Alltag mit, weißt du. Warum soll ich auch nicht so weiter in den Alltag mitnehmen? Dass ihr auch mal seht, wie ich ein Auto ankaufe. Bin eigentlich ziemlich scheiße im Ankaufen. Weil ich bezahle mir viel zu viel Geld für so eine Scheiße. Aber vielleicht habe ich auch heute Glück. Weil die Preise sind natürlich jetzt nicht. Aber ich will mal gucken, ob ich das ein bisschen interaktiv mitnehmen kann. Interaktiv und Gurkig. Darf ich mir vorstellen, meine Freunde, das hier ist Eike. Moin. Wir trüden erst mal zusammen. Jetzt haben wir einfach deinen Escort. Den finde ich gar nicht mal so scheiße. Ja, der geht dir nichts weg. Ja? Der ist verkauft. Weil XR3i ist halt ein XR3i, ne? Ja. Aber gut, der ist halt ein bisschen Gurkig, ne? Bisschen sehr. Und er hat dieses... Eben Gurkig. Das ist ja dieses Scheißdach, was der hat. Das geht so schnell kaputt. Also die haben... Ja? Das haben die vorher... Und haben die Vinyldach neu gemacht? Ist ja ein Ding. Glaub, ein halbes Jahr bevor der abgestellt wurde. Sonst aber heiße Kiste. Also XR3i ist cool gewesen damals. Das war damals so der Schnelle, weißt du. Aber sonst? Was noch stehen? 1,9er Saug. Diesel, Caddy. Total totgerostet, oder? Ja. Sind hinten noch die Döhme auf? Die haben schon sechsmal mal nachgeschreut. Ja, ja. Ist klar. Sieht man. Ich hab mal so einen gehabt als Caddy. Weißt du, das Caddy gibt's dir ja oft. Ne? Also das ist natürlich nur ein Aufsatz. Und, Alter, da hatte ich ja keine Schweller mehr gehabt. Wahrscheinlich so wie hier. Warte, guck mal. Ja, komplett. Ja, das geht noch. Die Endspitzen sind weg. Die Mitte ist auch weg. Oh, Alter, die gammeln so ab. Aber die fahren total geil, ne? Ja. Hast du ihn mal gefahren? Ja. Hier ist er auch weg. Aber, Alter, hast du ihn mal gefahren? Ja. Der fährt total geil. Die haben Dampf bis nun geht nicht mehr, die Dinger. Aber die überhaupt nichts wiegen. Der ist relativ lahmarschig. Findest du? Ich fahre relativ lahmarschig. Also meiner war so geil. Ich hab ihn voll gerne gefahren. Wenn er auf 60 ist, Alter, da kannst du erst mal… Läuft der denn scheiße? Guck mal, sogar hier hinten ist er weg. Radkasten hinten ist weg. Kann man durchgucken. Der ist sogar drüben hier an der Aufnahme weg. Komplett. Hinterachsaufnahme? Ja. Das Todesurteil meistens. Ja. Das ist der Todesurteil bei denen. Das ist meistens Todesurteil. Schade eigentlich, weil die gut gehandelt wären zu uns heute. Früher kosteten die 200, 300 Euro. Ich würd den hier runternehmen. Ich würd den extra. Verkaufst den verkaufen. Ist wirklich so. Gerollt haben die den auch mal. In den Co-Fluge bin ich. Sinds der ganze Rest doch original. Vorne den Dings lauft ruhig. Radlauf. Wieso kaufst du so ne Scheiße? Den hab ich für den BMW in Anzahlung genommen. Achso. Den musstest du da zusammen nehmen. In dem Sinne. Ja, ja, warte. Der ist auch komplett weg. Ach Scheiße. Ja, der lohnt sich aber nicht mehr das Ding. Aber egal, der wird auch hier da drin. Der ist auch tot. Der ist auch tot. Läuft. Ich glaub, der einzige Vertrieb. Er hat nicht tot, das ist der. Von den Twingo. Ja. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. Darum geht's jetzt. Wie bin ich jetzt da hier? Aber ich würd mal von der Senator noch mal eben angucken. Wie lange steht das schon? Das steht auch schon ein bisschen länger rum, so wie das aussieht von der Bremse hier. 2 Monate. Das ist wie mal ein Facelift-Modell. Und der hier hat jetzt 3 Liter hier 12V. Leder. Lederausstattung. Ach du Scheiße. Was denn der Bastel, Bruder? Ja, der muss komplett gemacht werden. Ach, aber geil. Mit Digifix drin. Das ist cool. Mäusekino. Das haut natürlich rein. Und der läuft ein bisschen. Ich finde, der läuft ein bisschen fett. Kann das sein? Ja. Springt scheiße an? Nö. Geht. Ja? Ja. Der ist von unten aber komplett rostfrei. Rostfrei? Beim Opel? Der ist komplett rostfrei. Der ist komplett rostfrei. Guck mal her. Zieh du mal eben da raus. Das geht doch. Das ist ein guter Motor. Außer diese Temperatursensoren hier unten drin sitzen. Die sind manchmal das Problem, dass die nicht laufen. Der hat auch irgendwo drinnen Kabelbrand gehabt. Hat meiner auch gehabt. Will ich jetzt? Ich hab den Fehler, aber bis jetzt noch nicht gefunden, wo er den hat. Aber er hat hier immer gebrannt. Hier in der Ecke hier komplett. Naja, der Fehler ist ganz einfacher. Der Ding ist hardcore verbastelt, ne? Der ist hardcore scheiße für den Film. Er läuft aber so ganz geil. Läuft der aber nicht, finde ich. Nee. Ja, aber die Kette ist noch in Ordnung. Weißt du, wenn du da machst, klappert die Kette. Und da hast du in der Scheiße. Radläufe gehen noch. Haben sie mal gemacht hier scheinbar. Ja, wenn du so guckst hier. Es war aber nicht gut, wenn sie hier nicht für den Kräger fassen. Nein. Wieso? Heißt du nicht gut? Haben sie wenigstens gemacht. Besser als gar kein Radlauf. Hier auch. Und der Grünspann. Wo hast du das Ding her? Den hat meine Mutter aus Bremen geholt. Ja. Und dann hab ich den von meiner Mutter wieder übernommen, weil sie den weggeben wollte. Warum das denn? Weil das ein Top-Zustand ist? Ich finde, er geht eigentlich noch rostmäßig. Also Türen sehen ganz gut aus. Ich finde ihn gar nicht mal so schlimm. Rostmäßig, echt jetzt. Das ist voll runtergeholtes Scheißbude, ne? Aber sonst geht der noch. Du weißt, runtergeholt muss auch mal sein. Meiner war auch nicht besser. Und der läuft tatsächlich jetzt auf, der mit Neu-TÜV. Mein Alter, die ich vorher hatte. Nur ich finde, der läuft ein bisschen scheiße. Der läuft nicht gut. Das weiß ich selber. Ich denke mal, dass wir zum Kästen das auch alles neu haben müssen. Ja. Der steht seit 2014. Ja, 2013. Was ist das? Das war das, was ich gesagt hab. Der Tankstopp ist ruhig. Okay. Ich bin ja auch gerne mal auf der Bühne. In der Bühne ist frei. Wer macht sowas? Der Vorbesitzer. Ich nicht. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Alter, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich fang dich nicht an zu burken. Sonst halt mal her den Ferrari. Okay. Die sind sogar tatsächlich relativ gut. Ja, die laufen auch gut. Keine Servo. Ich weiß doch, nur nicht die Aufstattung. Dann kann man nichts mit gut gehen. Heizung hat er. Hast du noch nicht mal warm laufen lassen. Ich bin immer beeindruckt. Twingo Falter ist heile. Der ist schon ziemlich gurkig. Der ist relativ runtergerockt. Obwohl du jetzt meinst, vom Lack her finde ich den gar nicht mal so mega schlimm. Wenn ich ehrlich bin. Ja, die Scheiße vom Lack. Obwohl. Echt? Daneben steht noch einer, der ist gesessen da. Ja, den musst du Olivgrün rollen. Das ist die Farbe für den Senator. Oliv. Nee, der kommt schwarzglanz. Schwarzglanz? Ja. Matt. Nee. Warum denn nicht? Matt? Wir können auch einen Policecar draus machen. Genau, wir haben einen Policecar raus. Warum nicht? Da gab es damals immer hier am Ring, hier bei Ossersleben, gab es immer hier Wing Patrol. Da haben die immer so mit solchen Dingern immer... Na, Bockholt ist drei Wochen, Alter. Das wird eng. Ich finde wirklich eng. Ist das reingst du, wo er sift? Das freut mich hier auch. Sag mal, das ist hier auch. Ja. Das ist hier hinten. Ach du Scheiße. Da sind wir irgendwo am Siffen. Ja. Deswegen können wir den gleich mal rufen. Ja, ich kann dir aber sagen, wo der sift. Also wenn wir Glück haben, ist Ventildeckel. Wenn wir Pech haben, haben wir nämlich die Twingo-Krankheit. Zinderkopfdichtung. Genau, Zinderkopfdichtung. Und dann ist der Motor breit. Den brauchen wir nicht mit anfangen. Das ist nämlich eine... Das ist auch Twingo. Gott. Aber wir können den auch auf der Bühne nehmen. Schmeiß mal hoch das Ding. Genau. Lass mal gucken, warum der so am Tütteln ist. Das interessiert mich auch mal. Mit Kopfdichtung kann ich mir den auch nicht anlachen. So ein Tankdeckel kann ich nicht wieder an den Stand setzen. Das ist scheißegal. Ein paar Scheinwerfer können wir auch noch tauschen. Das war alles noch in Ordnung. Dass sonst gute Autos sind, ne? Sind die ja nicht Maserati-Shop. Weißt du? Sind wir ja nicht. Wir sind halt die Gurken. Weil da kann ja Maseratis handeln. Der Corsa hier. Was ist denn das für ein oberstylischer B-Corsa hier? Die Stütze finde ich lustig. Nichts RBE, alles schlecht. Seitenteile hinten weg. Ja, guck mal hoch aus dem. Komm, wir gucken uns das mal an. Ich habe nicht so mega viel Zeit mitgebracht. Alter, mit dem Schutzgas-Budel, da kannst du 10 Kriege gewinnen. Das ist jetzt ein Torpedo ist da. Das ist ein Schutzgas-Torpedo. Interessant ist, dass der Rost am Schweller hat. Eigentlich rosten die 2000er-Modelle nicht. In 2002er, ne? Die Kurvflügel sind aber auch nicht mehr. Die Kurvflügel sind aus Plastik. Wir sind am Gammeln. Echt? Oder irre ich mich bei dem Ding. Außer, dass es Clio war, wo die aufs Ding sind. Feucht ihr Klugscheiße? Ne, du hast recht. Die gammeln wirklich. Komm, schieb mal hoch den Ferrari. Wenn man Twingo guckt, könnt ihr mal gucken. Die haben gerne mal einen Federbruch, die Dinger. Wenn ich jetzt hier die Feder angucke, wenn ich die Feder da angucke, sieht so verdächtig aus. Hier haben sie mal ganz lustig geschweißt. Aber ganz, ganz lustig. Kommen wir eben kurz noch mal eben hier die Bremse an vorne. Wie sieht die so aus? Ich darf noch nicht so viel Kohle reinstellen. Die Bremse ist mit Klötzer auch noch im Ordner. Die ist gar nicht mal so schlimm. Reifen hier geht noch, Reifen drüben geht nicht. Oder wie ist der? Der geht auch noch. Der ist außen abgelaufen. Scheiße, stimmt. Die kann man nach hinten schmeißen vielleicht noch. Mal gucken. Aber so geil sind sie nicht mehr. Der ist zu langer Kopf. Scheint hier nicht zu lecken. Scheint oben weiter weg zu lecken. Mal eben da oben. Ja, ja. Tropft der? Macht er so Tropfen auf dem Boden, wenn er irgendwo steht? Nö. Also er stand jetzt da die ganzen... Also ich denke tatsächlich, dass es nicht die Kopfdichtung ist. Nein. Also bei denen, die ich damals hatte, war das wirklich so. Es lief da wirklich die Kopfdichtung runter. Für den Arsch. Das geht hier aber wirklich noch. Bremse geht, Schweller gehen, Unterboden. Ich hab den tatsächlich selber noch nie auf der Bühne gehabt. Ich hab den gestern erst mal hingekriegt. Nein, nein, wieso denn auch? Ist auch eine Gurke, ne? Unbedingt so. Für mich war es eigentlich eher so Export-mäßig. Ja, aber das ist Export. Die wollen sich natürlich noch gar nicht erst haben. Die Reifen gehen aber noch. Die sind gar nicht mal so übel. Vorne der andere Reifen ist ein bisschen schlechter. Wo was sonst? Ist auch noch ein bisschen... Ja, Corsa Reifen passen. Also jetzt nicht auf die Felge. Du kannst die sogar... Hat auch 4x100, ne? Aber die darfst du halt nicht fahren. Und du kannst die Reifen da rüberziehen, ne? Weil ich hab den so fast nagelneunig gesehen. Das ist schon geil, ne? Das war nicht viel Auto. Also ich muss sagen, von unten gefällt er mir besser als von oben. Ja, hier süfft er hier einfach. Ich weiß aber noch nicht, wo. Das hab ich noch nicht herausgefunden. Das ist komisch, das Öl. Hast du das schon gesehen? Wie hast du das schon gesehen, wenn du die Bühne gehabt hast? Nee, sehe ich jetzt gerade erst. Es läuft hier raus. Das Fett ist warm geworden. Wahrscheinlich das Lager-Zemifrette hier. Ist auch runtergelaufen. Das glaub ich gar nicht... Das glaub ich gar nicht mal alles so ganz... Die Frage ist nur dieser extreme Ölverlust, den er hat. Der hat echt einen ziemlich harten Ölverlust. Könnte der Öldruckschalter hier sein? Der hier ist. Das ist hier für die Ölwarnleuchte. Der Kühler. Der sieht scheiße aus. Geht aber noch. Komm, guck mal. Harten Tropfen von Nachfuhrstand. Ich hatte mal einen gehabt. Die Trinkos sind immer ein bisschen am Erlecken, ne? Aber ich hatte mal einen gehabt, der war richtig, richtig böse. Mit sowas. Richtig problematisch. Siehst du? Da hat er Tropfen gemacht. Das heißt, das müsste ungefähr vorne rechts sein. Da wo das hier... Da wo das Dingsten ist. Da wo dann der Antriebswelle da ist. Da wird das Tropfen. Koppelstangen werden nochmal auf Radvergasen. Ne, nicht die Koppelstangen, Alter. Das ist die Lenkung, die gar ist. Warte, kannst du mal... Ja. Ich glaube, der hat innen gar keine Koppelstangen, oder? Ich glaube, der hat nämlich... Ich glaube, der hat nämlich in diese... Ich glaube, diese Dingsen wie hier. Ne, ne. Ja, klar. Topf mal hier in die Lenkung. Topf mal hier mit dem Arm gegen. Weißt du? Was das Spiel hat? Okay. Hier? Das Gleiche. Das ist in der Lenkung selber, das Spiel. Doof, dass er in der Servo hat. Das ist wirklich doof. Hast du Muckis in den Arm? Ja. Wir wollen jetzt doch nur gucken, wenn wir einen Wagen haben, der zwei Jahre TÜV kriegt, den wir billig auf den Markt schmeißen können und den dann noch zwei Jahre runterreiten kann, bis der in den Schrott geht. Weißt du? So ungefähr so ein Ding ist das. Wir reden ja nicht von Nummer eins Gebrauchswagen im super tollen, wunderbaren, geilen Zustand. Das ist das nicht. Und in der Bühne ist es ziemlich langsam, weil der Wagen so leicht ist. Da ist doch das falsche Öl drauf. Oder Öl, oder? Nee, wie du wolltest Öl? Ja. Das ist richtig. Ja, aber du brauchst für die Übung, wenn ich den Linderriss wieder umgehebe. Ja. Ja. Ja, ich bin ein bisschen mit dem... Hat noch mal kurz wen der Feder an. Ich will die Feder mal kurz angucken. Ja. Ich hab den Verdacht schon irgendwie, weil er vorne extrem am Poltern ist. Ja, ich glaube auch, der hat einen Federbruch. Wenn ich hier jetzt gucke, siehst du das? Du hast hier 1, 2, 3, 4 von den Spindeln. Und hier hast du 1, 2, 3. Und wo ist da der Bruch? Oben oder unten? Unten wahrscheinlich, wa? Da ist wahrscheinlich noch mal ein Teller drin. Da liegt noch ein Teller drin. Aber er hat auf jeden Fall... Siehst du, dass die Feder anders ist? Die wird irgendwo gebrochen sein. Die Dinger sind ja auch... Siehst du das? Siehst du, wenn du so guckst? Guck mal den Abstand hier an. Und guck mal den Abstand da an. Da ist eben... Also... Ja, ich glaub, der hat oben den Druck gehabt. Oben ist ganz flach. Aber das sieht man gar nicht mal so, ne? Äh... Also nur wenn man jetzt so guckt, sieht man das. Ja, rostmäßig geht er noch. Ölmäßig geht er nicht so. Der macht seine Ölspuren. Und ich hab so ein bisschen Schiss. Weil meistens ist es doch die Kopfdichtung. Dass es dann über drei Ecken geht. Also für mich ist das zu riskant, Alter. Außer der ist wirklich ober, ober billig. Ne? Das Problem ist ja, du musst ihn ja auch loswerden. Ja, aber wenn ich ihn auch los... So nicht schieß ich in die Teile. Ja, aber du willst dann Teilen daraus machen. Das für Teile hast du, finde ich, hier. Wenn du schütteln kannst. Ein bisschen schade. Also Schinko sind ja an sich nicht schlecht, ne? Finde ich jetzt so. Boah, der ist halt schon... Der ist halt schon... Der ist halt sehr auf, ne? Obwohl ich mir schon mal vorgestellt hab, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte, der ist optisch schlimmer. Und technisch besser. Aber den muss ich stehen lassen, Eike. Das geht nicht. Das fehlt leider nix. Ne, aber wir finden sicherlich noch irgendwas Lustiges, wenn wir bei der Teile betiteln können. Ja, das ist ja auch lustiges hier. Ja, irgendwelchen Scheiß hast du doch immer. Das geilste ist immer der Halmboden, der so runter absackt. So die ganze Fläche. Der wird dir nix noch gemacht. Ja, das muss ja gemacht werden. Wir müssen das machen. So. Das war die Zeit. Kenn ich. Zeit ist scheiße. So, wissen wir Bescheid. Auto Nummer eins im Ankauf lohnt sich nicht. Gut zum Schlachten, vielleicht Schwingofaltdach rausnehmen und sowas. Kannst du schön den Senator einbauen. Das ist ja nur ein Trabi. Ne, für sowas geht er noch. Aber sonst ist der halt, das ist nix für mich. Wenn ich das für den Polisker einbauen. Also wenn ich da Gewährleistung drauf schüttel, dann ist das vorbei, Alter. Dann gibt es Aua. Also das ist ganz geil. Ich finde mir echt gut gekästet tatsächlich. Aber sehr gurkig, ne. Omega B Felgen drauf. Das wäre geil. Die Speichenfelgen wären geil, ne. Naja, aber willst machen. Das war Eike. Auch ganz überkehr tatsächlich. Das ist so einer von den Jungs, die ich so kenne tatsächlich so hier in der Umgebung. Mit denen ich ab und ab was deale. Automäßig. Ja, er ist halt, wie soll ich sagen, ein noch viel, viel kleinerer Autohändler als ich. Und er macht immer so von Hand in den Mund halt. Er kann auch nicht hart davon leben oder irgendwas, ne. Aber ich sag mal, ab und an hat er ein paar lustige Kissen, die er ganz billig ankauft. Die ich dann von ihm noch relativ günstig kaufen kann. Wo er ein bisschen was dran verdient. Und die ich dann durch den TÜV prügeln kann. So, pass mal auf. Zwingo vor euch eben. Warum ich ihn nicht genommen habe. Erstmal wegen dem Federbruch. Das ist eine doofe Arbeit. Geht aber noch. Das hätte man auch schnell eben instand setzen können. Und zweitens wegen der Kopfdichtung. Also ich bin mal ganz sicher, dass das Öl von der Kopfdichtung kommt. Weil es sehr, sehr viel Öl ist. Und Ventildeckel ist es meistens nämlich nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, den Wagen stehen zu lassen. Diese Gurgigkeit so mit diesem Tankdeckel und so. Fand ich jetzt gar nicht mehr so mega schlimm. Den hätten wir mal auf dem Schottplatz besorgen können. Gordon hätte eine Halterung gebraten. Dann wäre es irgendwie ja gelaufen, weißt du. Das wäre nicht so mega schlimm gewesen. Nur halt solche Sachen wie das halt, ne. Sonst war ein schönes Auto. Das war gar nicht mal so. Mega kacke war er nicht. Er war eigentlich fast okay. Auch nur fast. Rudolf lief sehr gut, tatsächlich. Aber er hatte das gesehen. Kopfdichtung unten. Da bin ich halt raus. Ich hatte schon mal so einen gehabt. Der war grün. Der war das Bingo-Faltdach. Von dem Auto. Bei mir drin. In meinen hier. In meinen Dings. In meinen, äh. In meiner Gurke halt, ne. Bis heute. So. Aufhören nach Friedeburg. Aber guck, wie es da weitergeht. Ach so. Um bisschen mit Zahlen zu reden, ne. Also was der Wagen gekostet wäre 250 Euro. Also rein theoretisch dieser Schrottwert, ne. Was der Wagen an Schrott wert ist. Aber wenn ich dem Wagen jetzt an Schrott mitgenommen hätte. Und den Cutterm verkauft hätte. Und keine Ahnung was. Hätte ich dann vielleicht 10 Euro verdient. Und das wäre halt der. Das wäre halt der. Die Apollo nicht wert gewesen. Ne. Für mich so. Das ist nicht meine Marge unbedingt. Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Was haltet ihr denn von meinem Spezial-Auto-Händler-Content? Wenn ich immer so ein bisschen meine Denkungsweise als Händler. Wo es wirklich pur nicht um Leidenschaft und Liebe zu Autos geht. Sondern einfach nur. Pur um die Tatsache. Ey Alter. Müssen Rechnungen bezahlen geht. Schreibt mal rein. Ist doch ein bisschen sehr interessant. Ist aber eine andere Sichtweise. Ja. Ich war gerade noch bei Harry gewesen. Harry bringen mir um 12 Uhr seine roten Kennzeichen vorbei. Damit man eine Probefahrt machen kann. Mit einer Kundin die nachher kommt. Für Meriva. Auch schon mal ganz gut. Hoffentlich schafft er es auch. Wenn der Steuerberater sitzt. Das dauert meistens immer länger als man denkt. Aber wird schon irgendwie werden. So Freunde. Später am Tag. Ich habe mich heute ein bisschen um den hier gekümmert. Um den Kollegen da. Auch ein schönes Auto. Soll nämlich am Mittwoch zum TÜV. Das ist so der Plan. Der hat tatsächlich nicht viel Arbeit. Und der ist eigentlich jetzt fertig. ABS Lampe ist aus. Hat einen neuen ABS Sensor am Start. Und jetzt brauche ich den K30. Weil wir fahren jetzt nämlich alle zusammen. Nach Verdum. Und gucken uns dort einen VW Caddy an. Wahrscheinlich. Also ich denke so 5050 würde ich ihn mitnehmen. Weil der tatsächlich. Äh. Ja. Ja. Die rosten halt die Dinger. Und ich weiß nicht wer hat der am Rosten ist. Aber ich ahne schon was. Aber ihr wisst wie das ist. Manchmal ist es so. Muss ich alles angucken. Weil es ins Portfolio passt. In die Welt passt. In meinen Gurkenhandel passt. Aber es ist so 5050. Auf jeden Fall wieder einige Roststellen haben. Und dann werden wir so einen wegbraten. Aber aktuell ist der Marktpreis für Caddies. Für 6 Endcaddies relativ hoch. Das lohnt sich eigentlich fast schon wieder. Weißt du. Caddy 2. Achso. Und zum Thema Meriva. Das haben wir ja auch gehabt. Mit der Kundin die den Wagen heute Probe fahren wollte. Sie war da. Sie stieg ein. Und ich siegte. Sie hat ihn gekauft. Also der Meriva ist verkauft. Der vorne steht. Die wird heute Abend noch aufs Netz verschwinden. Und dafür wird der Renault Zeneck rein auftauchen. Ist ganz geil. Weil Übertallanzeigen kostet alles. Und das mehr als zwei Autohanzeigen Geld. Das heißt hier. Wenn ich den jetzt nämlich rausnehme. Und dann in die Ahren reinpackele. Kann ich es umsonst inserieren. Ist schon ganz cool. So. Auf geht's. Auf nach Werdum. Wie gut. Die Karre gehört Manni. Den kennt ihr auch noch von früher. Von alten Videos. Das ist der Kollege der hier. Mit dem was ich dreifach gerade vermietet hat. Wo ich damals meine hier. Mein Außenlager hatte hier. Hier in Friedenburg. Guck mal. Sind wir gerade unterwegs. Er will mir gleich den Wagen da andrehen. Von seinem Vater. Pass auf. Das hier. Kennt ihr das Auto? Das ist ein Teilbord Matra. Hey. Das war das Matra Baguera heißt das Ding. Das Ding hat drei Sitze. Ein Kühler vorne und einen Motor hinten. Die waren damals schon von Werk aus der Katastrophe. Weil der ist gar nicht mal so übel. Das GfK. Der besteht nur auf das GfK. Wollen wir da runter gucken. Oh. Oha. Oha. Der geht aber noch. Ne. Vom Blech hier. Scheiße. Ich dachte wir sind nicht auf Ideen gekommen. Ne. So eine Scheiße nach Anlage hier. Der hat sogar neue Reifen drauf. Von. Von Platt. Scheiße. Muss weiterlaufen. Mattschwarzer Matra. Das ist genau meine Farbe. Geil. Ich glaube wir den Hans mal fangen. Ob wir den auch loswerden dürfen. Der wäre auch noch was. Das war auch einer der ultimativen KZ Gurken. Aber einer der ultimativen, größten KZ Gurken ever. Oh hier guck mal. Mtech Lenkrad im E30. Touring. Aber automäßig ist schon ganz geil. Zweier. Viertürer. Läuft hier. Und irgendwo da hinten steht noch die Gurke. Man kann mal sagen. Wir haben immer ein richtig gutes Auto. Also ich bin jetzt gegen meinen Willen beeindruckt. Ich habe mit Schlimmeren gerechnet. Weil der erste Blick schlimmer ist. Wir haben hier einen Caddy. Wo hinten ein paar Helme durchgerostet sind. Das ist aber nicht mega schlimm. Das geht noch. Das ist so ein mittlerer Gordon. Dann läuft die nochmal wieder. Wir haben hier die geklebte Heckstoßstange. Wir haben eine Frontstoßstange, die voll Schrott ist. Weil die kannst du nicht zwei raus machen. Da brauchen wir eine 6N Stoßstange für. Guck, die seht ihr hier. Voll Fritte. Aber pass auf. 56.000 gelaufen. Ich schätze zweite oder dritte Hand ist das Ding. Das ist schon die dritte, ne? Erste war Dinsches Bettenlager. Und hier tatsächlich Zahnriemen 2019 neu. coole Felgen drauf mit abgefahrenen Scheißreifen. Rostmäßig echt noch das okay für den Caddy. Also schön gepflegt ist er auch von innen. So direkt ist er gar nicht mal. Also ich hätte echt gedacht, ich kriege jetzt voll die... Also das ist gar keine so ne Bude. Guck mal, hinten Elektro-Rasen wäre ja hinten drin. Ne Kiste, ne Trennung. Alle, den haben wir schnell wieder auf der Straße, glaube ich. Der ist gar nicht mehr so verarbeitet. Das geilste ist wirklich, was du hier gemalt hast. Das wollte mein Vater so. Wollt er den treiben? Das würde ich mal ganz gerne wissen. Er hat gesagt, er will nicht hinten rausgucken. Oder er will nicht, dass er nach hinten reinguckt. Ist auch eine andere Frage. Oh sonst Anhängerkupplung. Reifen hinten sind noch sehr gut. Ich finde die Felgen ganz geil tatsächlich. Die würden bei dem Schrauko ganz gut stehen. Aber ich muss mal echt sagen, dieser Hof hier, ne? Wir müssen mal eben kurz da vorne hingehen, ne? Guck dir erstmal. Guck dir erstmal an. 23er Coupé. Also das war hier noch nie gewesen hier draußen, ne? Oh, hier ein 190er. Ja, der hat Geschmack, der Mann. Völlig. Guck mal, der 190er ist auch nicht schlecht. Habe ich auch gerade so ein bisschen im Ankauf drin, 190er. Tatsächlich bin ich gerade hinterher. Lass mich wieder scheiße verkaufen. Hier ein Zweiergolf, Schlachter da hinten. Zweiergolf, Viertüre als Schlachter. Hier haben wir 123er. Ach du Scheiße. Afrika-Modus. Alter, was ist da für ein geiler Platz. Passat. Und hier, der ist auch geil. Ah, der hat für einen geilen Kram hier stehen. Alter, ich gehe unten. Da kommt mir den Transit an. War mal ein Verkaufswagen gewesen. Hat einer aus dem Verkaufswagen versucht, ein Wohnmobil zu bauen oder was? Der ist gar nicht mal so schlecht. Was ist das eigentlich? Ja, vom Zustand geht einer voll klar. Vom Blech her jetzt. Und nach dem von Udo Krallen, der da liegt, dann läuft das. Oh, hier ein 1er. Ich gehe unten. Aber der 1er ist ziemlich nackig. Krass. Aber Sachen gibt es, die gibt es nicht. Oh, die Front. Das ist ja geil. Die Scheinwerfer. Das ist keine Städterfront. Das ist eben was anderes. Das ist eben so eine US-Front, glaube ich, die da dran hat. Das ist ein Function. Das ist nicht so interessant. Das hat der letzte Golf 2. Die waren nicht so mega gut von der Rostversorgung her. Krass. Geil. Also, ich würde sagen, die Tour hat sich gelohnt. Das Auto ist cool. Wollen wir den lassen, ne? Ja. Kannst du ihn mal loben von mir. Was mecker ich hier bei Ihnen. Aber heute kann ich ihn mal loben. Hat er gut gemacht. Ist gut durch den TÜV gefallen hier in der Werkstatt. Aber Monoflax, die haben das Ding jetzt zum Prüfer vorgeführt, ne? Und Reifen komplett blank. Weißt du, komplett. Vorne ist da kein Problem mehr drauf. Weißt du, das Ding wäre so oder so durchgefallen. Verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich wirklich nicht. Hätten sie mal so durchchecken können. Auch wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, ich hole die Obergurke ab. Jetzt gerade, so wie ich Manni kenne. Manni ist halt so ein Spezialtyp, der halt so eine Hand für Gurken hat. So will ich halt. Aber ich muss wirklich behaupten, der Caddy ist wirklich gut. Zahnriemen gemacht. Springtausschlag an. Bremst gut. Kuppelt gut. Fährt ganz gut. Hubt gut. Blingt gut. Leuchtet gut. Und hat echt noch keine 60.000 gelaufen, ne? Original dänisches Bettenlager, die Karre. Also würde ich mal sagen, ich kann mich ja gar nicht beschweren, wa? Also ich wollte mich ja zuerst beschweren, aber über das Auto beschwer ich mich definitiv nicht. Den machen wir jetzt schön fertig. Und dann machen wir da ein richtig schönes hier Verkaufsauto raus. Weil man auch nicht rationellig viele Sorgen machen wird, dass es halt nicht lange durchgeht. Das macht echt einen ganz coolen Eindruck. Ja, warum? Habe ich es bekommen, weil die beiden Jungs nicht schweißen können. Die haben ja kein Schweißgerät. Das ist mein Vorteil. Und ich habe meinen Gordon. Das heißt, Gordon kann sich daran austoben. Und dann können wir damit fast schon zum TÜV fahren. Reifen habe ich schon liegen, glaube ich, für den Wagen. Passender Reifen. Habt ihr den Matra gesehen? Ich habe den Typen gleich erstmal hier im Fahrrad verkaufen will. Aber irgendwie, er hatte keinen Preis. Auf, wie fehlt der noch ein Preis? Ruf mich an. Ich habe meine Karne gegeben. Alter, Matra war voll lustig. Das ist heute in der Gurkenhalle. Alles ruhig. Da liegt Werkzeug bei der Ape. Hier. Basis diese nach und nach den Kotflügel. Krass, dass die hier oben gerissen waren, ne? Unlaublich. Aber egal. Aber keiner da. Keiner. Alter, ich will doch Gordon unsere neue Errungenschaft zeigen. Ich bin voll zufrieden. Ich bin richtig happy mit diesem Caddy. Ich finde den voll gut. Keiner da. Hä? Ich brauche schon mal einen Hammer. Sonst kriege ich den Spanngurt immer nicht ab. Aber sonst, müsste gehen. Wahrscheinlich ist er gerade kacken. Dann schmeißen wir erstmal den Ferrari runter. Den blauen. Scheiße, die Heizschulstangen, wenn die Frontschule da so ein Arsch sind. Sonst würde er echt gut aussehen. Man könnte ihn richtig neu lackieren. Richtig gut machen, den Wagen. Aber deswegen lassen wir das mal. Gordon, auf den ersten Blick wirst du ihn nicht mögen. Auf den zweiten Blick magst du ihn. Auf den zweiten Blick. Pass mal auf. Reifen vorne, Fritte ist klar. Die Felgen sind schon mal sehr geil. Die behalten wir natürlich. Die Reifen sind natürlich auch blank. Ja, ja, ja. Das ist so der erste Eindruck. Motor, Zahnriemen 2019. Guck mal auf den Kilometerstand. Guck mal. Schau mal da ein. Guck mal auf den Kilometerstand. Guck mal auf den Kilometerstand. 3 Millionen. Ne, guck mal. Guck dir den Verschleiß im Innenraum an und guck dir den Kilometerstand an. Ich kann sie erkennen. Du musst Licht anmachen. Ja, ich hab kein Ziel. Du hast doch Lichter. Oder Lichtschalter. Oder Lichtschalter einfach an. Also. Hast du die Dingsen. Ich kenn mich doch nicht aus. Guck mal. Was? Das kann nicht stimmen. 57.000 gelaufen. Guck mal, das passt. Ist das wirklich? Ja, guck dir das an. Das Auto passt auch dazu. Ist ein 2004er Baujahr. Ich hab noch nie in so'n Auto gesessen. Ich hab noch nie in so'n Auto gesessen. Ich hab noch nie in so'n Auto gesessen. Hier. Das hier. Stoßstange vorne. Brauchen wir nicht überreden. Brauchen wir auch noch eine neue. Hier, guck. Die ist off-frette. Komplett. Die ist tot. Aber das ist so pro 6 N. Die hätte man in jeder Ecke. Hoffentlich. Also früher wenigstens. Vor ein paar Monaten noch. Der Wagen ist vom dindischen Bettenlager. Und die haben die Dinger eigentlich mal richtig gut gewartet. Zartgen 2019 gemacht. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Der klingt richtig gut, der Wagen. Wenn da echt so wenig erst gelaufen ist. Ja. Das ist wirklich ein schönes Auto. Die sind aber auch runter. Die sind echt runter. Aber so hier. Ich hab mal geguckt. Blechmäßig ist nicht so viel. Hinten Längsträger hab ich gesehen. Durch Unterlag. Da kommt man noch mal mit zum Tüffer mit reifen. Die gehen noch mal. Wenn du das Atemgetüdel durch hast. Und den Passat durch hast. Guck mal den. Ich glaub der hat gar nicht mal so viel. Der hat nicht viel. Der steht ganz gut da. Die Dinger waren scheiße. Aber es ist ein relativ neues Baujahr. Guck mal hier. Und pass auf. Der Hammer rammt jetzt noch. Der Hammer. Du haufst dich weg. Gratis Rasenmäher. War der da drin? Mit Gratis Rasenmäher. Ja. Und Benzinkanister. Das hat man hier gerade beim nächsten. Hier ein Grillanzünder ist noch dabei. Der ist aber leer. Hier ist noch ein bisschen keine Ahnung was bei. Guck ich, ne? Was ist da drin? Nix. Da ist nix drin. Aber die Kiste ist ganz cool. Die kann auch von K30. Die Kiste ist locker. Von K30 wird die ganz praktisch, glaub ich. Das sind alle diese Caddy-Dinger. Ja. Das kannst du auch machen hier. Die kannst du auch machen. Warte. 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 Das geht doch. Der Zug ist noch aufs Geil. Du brauchst eine Zange für. Dann geht das auf. Ich will auch nicht mehr probieren. Alter. Gar nicht mal übel, ne? Ich finde den gar nicht mehr schlecht. Tatsächlich. Die Dinger, Alter. Das ist ja auch geil hier. Einfach angepinselt. Das war sogar Yannick. Voll der Dings. Manni war das so. Der hat gesagt, mach mal schwarz. Alter. Alter. Aber wenn ich das schon mache, Alter, dann mach ich das ein bisschen ordentlich. Aber Gordon. Allein die Felgen, die kosten das so viel, wie das Ding gekostet hat. Die Felgen sind doch voll schön. Schöne Felgen. Die einmal schön aufpolieren. Zwei neue Reifen und dann schön auf dem Einser oder sowas drauf. Die haben was, ne? Die sind wirklich schön. Die finde ich auch. Die sind zwar so scheiße überdreckt. Die kriegt goldene Stahlfelden. Habe ich schon entschieden. Die müssen mal sauer gemacht werden, ne? Aber halt. Hat doch was die Kiste. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Und du hast, der erste Eindruck ist, dass die schlechter ist als der zweite. Beim ersten Mal dachte ich, ach du scheiße. Beim zweiten Mal cool. Und ich habe mir Matra Baguera angeguckt. Jetzt leck mich im Arsch. Ja. Simca. Simca, ja. Talbot Matra, oder nicht? Nicht Talbot? Ja, ja. Habe ich da noch keinen Preis für. Mats Schwarz. Steht bei dem Typen da auf dem Hof rum, wo ich den Werkstoff abgeholt habe. Mit Grundspan. Ich weiß. Ja. Matra Baguera. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir den noch. Pass mal auf. Bin ich gerade so ein bisschen hinterher. Aber der weiß die Preise nicht. Ich auch nicht. Das ist doof. Ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Habe ich auch gesagt. Vor allem Mats Schwarz und da voll so ein Fleck so oben rum. Aber der ist den Typen, der ist den Wagen selber bei Rallys gefahren und so. Also so Ultramarallys. Das ist nicht richtig offen, ne? Wäre auch was, ne? So. Ich muss wieder weg. Ich muss nach meinem Vater hin. Der will unbedingt sein Schlafzimmer noch abholen. Man muss auch Strafe bezahlen bei Poco. Die arme Sau. So. Auf nach Opa Hartwig. Nach Vatern. Vatern wartet nämlich auf alles was geht. Wir müssen nämlich was betüdeln. Was ganz wichtiges. Sein Schlafzimmer. Und Gordon währenddessen geht da mal eine Appe bei. Soll nämlich mal auf zwei Appen eine machen. Die ordentlich fährt. Und die andere Appe fährt dann hoffentlich auch wieder. Von meinem Plan aufgeht. So. Auf gehts. Ich nehme mich noch mit auf die Reise. Alter, was ein langes Video. Reinst du Safari heute, ne? Scheiße. Ich muss auch in ein Auto reinfahren. Ach kacke. Ich stehe nach dem Auto vorne wo ich reinfahren wollte. Nicht gut Jungs. Guck mal. Guck mal nach oben den Himmel an. Der Himmel sagt mir. Es sieht nach Regen aus. Und ich habe natürlich einen offenen K30. Und muss die ganzen Sachen von meinen Alten damit transportieren. Irgendwie so eine neue Schlafzimmer sollte es sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Auf Gießen in der Eftroden. Übrigens war so den bei bemerkt. Von hier aus 35 Kilometer entfernt. So. Moiner Freunde. Willkommen in der Eftroden. Pfarrer meinten wir müssen zweimal fahren. So viel Scheiße da rumliegen. Da bin ich ja gespannt. So. Einmal Pfarrer uns neues. Denkst du es ein neues geiles Schlafzimmer hinten drauf? Und was soll ich erzählen? Pfarrer meinten wir müssen zweimal fahren. Das ist doch nicht mal halb voll der K30. Er hat mit seinem Mini L 200er. Hier. Spanngurt rüber. Abfahrt. So. Und jetzt schnell nach Brenner warten damit. Ablage Aktion Spezial mit Pfarrern. So. Ne? Was willst du machen? Das ist ja nix. Hauptsache du kannst immer unten pennen. Hier. Für dich. Schenk ich dir. Eine Matratze. Deine eigene sogar. Wie nett ich bin. Schmeiß mal rein da. Das geht logisch. Ich glaube drei Viertel davon geht das Fenster. Außer eine Sache. Das ist dieses komische hohe Dreiecksding. Keine Ahnung was. Das war doch zuerst. Du musst da mal ein bisschen mitmachen. Ich helf nach. So. Pfarrern ist glücklich. Ich habe heute kein Geld verdient. Aber egal. Obwohl gut ich habe im Auto verkauft. Wird schon werden. Nur halt noch keine Kohlen. Ich würde mal sagen. Ihr seht uns morgen wieder. In meinem mega geilen Video. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was ich da anstelle. Aber ist das scheißegal. Freunde. Nicht erinnern lassen. Hoffe euch das gefallen. Ich wollte dich ein bisschen Abwechslung aus meinem Alltag mitnehmen. Ich habe auch bemüht das ein bisschen hier offensiver zu filmen. Anstatt mal so ein paar hier halt mal so zu zeigen. Wo manche Kisten halt mal so herkommen. Die haben halt alle ihre Quellen wo die herkommen. Die Autos. Achso. Und ob diese 57.000 Kilometer von dem Kelly echt sind. Ich glaube ich nicht dran. Ich glaube da stand totale auf dem Tacho. Ich glaube nicht. Also gehe ich mir davon aus. Nein. Wahrscheinlich wäre es drin als 57.000 sein. Aber man kennt ihn. Egal. Lustig war es trotzdem. Munter. Bis zum nächsten Mal. Egalas. Ciao.